Die könnte ich doch jetzt eigentlich auch so ausknipsen. Ich muss sie ja nicht mal töten. Und ich muss sie nicht mal töten. Das ist natürlich auch praktisch, ne? Ja, ich sollte mich jetzt natürlich auch nicht unbedingt mega... Gut, da ist einer. Okay. Ah, ich will dauernd mit Kuh. Ähm. Ah. Warte, fuck. Was habe ich hier für eine Waffe ausgerüstet? Nein. Die hat aber schon einen Schalldämpfer drauf, ne? Gut. Ich schalte nochmal das da an. Gut, wäre eigentlich nur noch einer, ne? Mh. Da wäre einer. Zum Einfangen kann ich hier entlang weiter? Es sieht alles nicht so ganz danach aus. Da ist ein Datenpaket. Komme ich hier hoch? Müsste doch eigentlich... Nö, das geht nicht. Okay. Alles Lärchen. Erst mal Lagepeilen. Der kommt gerade hier lang. Hello. Ansonsten. gentlemen sind dieg COVID-19-19-191914-1991-19Да... Was ist denn das hier für gerätshaften Fässer? Hm. Was sind das für Pflanzen? Ah, holla die Fee. Ja, aber was blödes ist, ich kann jetzt nicht einfach mich hinstellen mit einem Sniper, die er ausschnipsen, weil, ja, das hört man ja dann sofort, ne? Oh, der kommt tatsächlich hier runter? Wie weit geht der? Einer weniger, da oben sind zwei. Da geht einer lang. Ja, das wäre ja ganz praktisch, wenn die beiden da oben nochmal zusammen kämen. Habe ich noch den Schlafgas ausgerüstet? Ja. Habe ich. Ja, einfach warten, bis die dann nochmal zusammenkommen. Ja, etc. Nächstes. Gut. Da hat er es wohl irgendwie gerade gesehen. Gut, ähm, ich riskiere es mal, da weiter hoch zu gehen. Ich orte fünf lebende Gegner. Das ist gut. Ein Speicherpunkt wäre dann jetzt ja mal nicht schlecht, ne? Ha, 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 ha. Werde ich nicht kriegen. Aber egal. Schauen wir mal weiter. Ähm, okay. Ja, diese Dinge werden mir da auch ordentlich angezeigt. Ähm, mir wird gerade überhaupt nichts mehr angezeigt von wegen lebende Gegner, ne? Ich glaube, ich nehme mal hier die Treppe. War eigentlich das Datenpaket? Ach, das ist da oben. Okay, dann glättere ich halt da nicht rüber. Ach, denn das Gebäude kann man gar nicht. So. Habe eigentlich gehofft, dass ich mal was angezeigt bekomme, aber leider nicht. Gehen wir mal hier entlang. Ah, ja. Oh. Und da oben, da wird man jetzt leider hier nicht so... Oh. Okay, ja. Blöd. Jetzt wird es etwas... kniffliger. Markieren und ausschalten bringt mir jetzt leider auch nichts. Na, komm. Sammy, du kannst hier mal so entlang gehen. Holla, die Fee. Gut, bei dem... Gepanzerten... wird man wahrscheinlich auch nichts... äh, des Loveguards auch nichts bringen. Okay, was hat es damit auf sich? Das sind auf jeden Fall mehrere Leute und der scheint wohl da unten drin zu sein. Der ist aber jetzt... Meine Güte. Ich habe den vorhin da angezeigt bekommen. Hier in diesem... Jetzt erst mal Festung. Gut, der scheint wohl da drinnen zu sein. Gut. Oh Gott. Sollte mich möglichst keiner sehen... Wenn ich mir den da schnappe. Das heißt... Ich gehe auf Nummer sicher... Und warte. Da ist auch noch ein Typ. Ah, das ist der einfangen Typ. Komm, nimm ihn mit. Der wird... Der wird... Puh. Ich schläge ihn einfach hier ab. Hauptsache... Er liegt nicht so... Ganz... Offen... Sichtlich da rum. Gut. Noch vier. Da oben... Ist das nur einer. Da sind zwei. Und da ist noch einer. Okay. Wo will der hin? Ach, da ist eine Treppe. Okay. Gefällt mir. Hm. Es ist halt die große Frage. Was ist mit denen da oben? Oh, die Palafen. Gut, den kann man... Ganz schön. Okay. Ich frage mich... Ob ich die da... Boah, das ist... So gefährlich gerade, was ich da mache. Sam. Geh schnell weg hier. Holla, die Fee. Okay, ich schätze mal, jetzt kommt er wieder runter. Da. Ja, ja. Oh, Salamoussara, auf den Jaw. Achtung, Mann ausgefallen. Der Schütze ist da drüben. Kontakt! Die Gegner haben Verstärkung. scheibenkleister ich bin tot ach nein ich bin ich so weit gekommen dass so ein kleiner fail ach come on warum musste der jetzt auch ausgerechnet kommen ja kam her und die zunächst meine fresse wenn sie es ein bisschen blöd wieder schlafgas ausrichten ach ja da haben wir auch noch so ein durchgang die beiden gehen darüber perfekt so ungefähr habe ich mir das vorgestellt so jetzt gehe ich in der tat mal hier diese leiter hoch wo kommen wir denn dahin wo ist denn der kollege da unten so ich glaube den sieht man auch von da oben nicht okay wie weit kommt er hierher ja gut gut nehm mal diese deckung so als jetzt zu dieser so als und dahin will er nicht auch oh fück Ach, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Come on. Ja, das könnte ich hier mega... Moment. Das könnte ich noch mal probieren. Das ist ja schallgedämpft. Ja gut, ich... Wenn ich mir was in den Kopf setze, dann... Dann ist das halt auch so, ne? Ich hätte das jetzt weitermachen können und die Restlichen einfach... Äh, eben, äh... Alle abballern können, aber... Nein, möchte ich nicht. So. Okay. Oh. Mach auf. Huh? Hm. Ach so. Hок. Oh. Okay. Gerade hat er wieder mal die Waffe ausgetauscht. Gibt's doch nicht. Was soll denn der Scheiß? Ah, Moment mal. Pistole ausrüsten, Mensch. Schau mal, Anschlag halten. Sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns ab da rauf. Und ich glaube, in der Tat... ...werde ich jetzt hier das Gewehr einmal benutzen. Auf sich bewegende Ziele schießen ist bei mir nicht so ganz. Das kriege ich nicht hin. Oh. Der geht jetzt da runter? Ah. Fünf Gegner, dann ist der Bereich sicher. Oh. Nice. Ich frage mich... Was heißt hier der Bereich sicher? Muss ich dann auch noch mehrere Bereiche sichern? Ähm. Das war es ein wenig. Schnell. Na ja, gut. Nehmen wir mal an. Dass das hier... ...funktioniert. Wie die ganze Zeit auch. Also dass die Gegner da sind, an den Stellen sind. Wie die ganze Zeit eben auch. Und... Ja, auf jeden Fall. Der ist schon einmal da. Gut. Jetzt muss ich halt wieder warten. Komm. Sammle ihn auf. Lass nicht so viel Zeit verstreichen. Tschüss. Das heißt ja auf jeden Fall nur einer, ne? Das heißt ja auf jeden Fall nur einer, ne? Entschuld. Das heißt ja auf die Begge vendet. Na ja auf jeden Falle chocolate dashboard. Auf jeden Falle war meineentiale, aber dort mit den Geburten herauszufinden. Solutions tack Chapel everywhere ist es wie möglich. dua, auf jeden Falle ist es wie möglich zu chewern oder auch das oft gesprö своjer� fanатoga.